Tut mir leid, ich hab halt einen anderen Spielstil, ich mag eher dieses friedvolle PvE und ich hab's halt nicht so. Ich bin da zu langsam, liegt wahrscheinlich auch an meinem Alter, keine Ahnung, an der Reaktionsfähigkeit, was weiß ich. Und ich hab damit auch keine Probleme damit zuzugeben, dass ich schlecht im PvP bin. Macht ja nix, sag ich offen und ehrlich und warum, ja, und hier hab ich doch, also ich muss ganz ehrlich sagen, hier hab ich auch meinen Spaß, auch wenn's lange dauert. Mein Gott, dann ist es halt so. Also Geduld ist ein, ist wirklich heutzutage teilweise eine wichtige Tugend und später auch auf Arbeit. Also was ich manchmal an Geduld auf Arbeit brauche als, als Admin und auch, weil ich ja teilweise auch User Support mitmache. Also von daher, vor allem im User Report, da braucht man eine Engelsgeduld, ist wirklich so. Und, äh, wo lernt man das besser als hier? Würde ich mal meinen, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, und auf jeden Fall... Sucht ihr Freunde? Ja klar, weil ich ja in Berlin absolut keine Freunde habe, ich ganz alleine bin. Und ich etwa nicht jedes, nicht jedes zweite Wochenende mit meinen Freunden irgendwas unternehme, in ne Bar gehe, oder, äh, was weiß ich, mal essen gehe, oder abends aus zu nem Konzert. Nein, das mach ich ja alles nicht. Ich wohne ganz alleine in meiner Kellerabteil, winzig klein, wo nur mein Rechner steht. Und ich kann die Sonne nicht leiden. Also, ehrlich, Leute. Sorry, aber ich find's einfach nur... Irgendwo find ich's auch traurig. Vielleicht, vielleicht muss er auch selber was überkompensieren, keine Ahnung. Ja, dass ich keine Freundin hab. Ja, bisher sollte es einfach nicht sein. Äh, ich glaub, da hatte ich auch, ich hab auch schon mal drüber gesprochen. Also, meine Beziehungen haben bisher leider all... nicht allzu lange gehalten. Oh. Handy-Akku alle. Weil da läuft die, äh, so fast alle. Weil da läuft die Stopp-U mit. Ich will einfach mal gucken, wie lange ich diesmal zocke. Und, naja, auf jeden Fall, ähm... Ja, mit Freunden sollte es bisher noch nicht allzu lange sein, also... Das längste war immer wirklich... Hm. Warte mal, wie lange waren die jetzt? Ich glaub, sechs Monate. Und das kürzeste waren vier Wochen. Und, äh... Ja, und halt auch bisher einiges an Kürben bekommen. Naja. Aber es ist, es ist... Es wird von Zeit zu Zeit leichter. Also, zumindest mit Kürben und sowas umzugehen. Und, äh, ja, ich bin halt auch nicht der Aufreißer-Typ. Will ich auch gar nicht sein, weil, äh... Da verkörbe ich was, was ich nicht bin. Und... Mir ist es, äh, mir ist es verdammt wichtig, authentisch zu sein und nicht jetzt irgendein Mädel abzuschleppen. Das ist halt, ja... Naja, auf jeden Fall. So viel dazu, das hat mich einfach... Es hat mich richtig geärgert. Und ich sag mal, insofern hab ich mich da auch schon ein Stück weiter entwickelt, weil in meiner Anfangskarriere hab ich ja, äh, mit... Mit solchen Sachen... Sehr, äh, verdammt viel, ähm... 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 Na, immer rumdiskutiert. Und dann sag ich, hö, jetzt werden einfach seine Kommentare nicht zugelassen und ich sag mir, angucken kann er's ja... Ähm... Aber... Hm. Ich müsste mal gucken, äh, wie viel von den Dingern hab ich denn jetzt schon? Zwei, ne? Die werden mal aufgehoben. Für später. Na, kann ich dann nämlich noch so ein bisschen, ähm, hier den. Den. Ne, ich komm grad nicht auf den Namen. Also auf jeden Fall diesen Quest, wo ich diese Siege brauche. Brauch erfüllen. Meine Buffs sind übrigens schon wieder fast alle weg. Oh, nochmal so ein Siegel. Cool. Dann buff ich mich jetzt einfach erstmal wieder nochmal eine Runde. Ja, auf jeden Fall, äh, sowas, sowas geht einfach nicht, dass man, ich meine, ähm, Man kann, man kann ja ruhig Kritik üben und, äh, sagen, Spielstil nicht okay und sowas. Ob ich mich dann ändern werde, ist die andere Sache. Aber, äh, dann auch gleich noch beleidigen und ausfallen zu werden, das ist einfach, sowas ist einfach nicht okay. Und, ähm, ähm, ich werde mich auch nicht auf das Niveau runterziehen, weil, was bringt das Ganze, weil, äh, da regt man sich nur sinnlos im Leben auf und, nö. Ich bin gerade, ähm, 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 in einem guten Lauf in meinem Leben, ähm, das macht mir im Großen und Ganzen echt richtig viel Spaß. Ja, auf Arbeit die Geschichte mit München. Ja, die ist halt immer noch, aber, äh, ich hab mir jetzt die Wahr, also auch als, ich hatte ja gesagt, ich will mit meinem Chef mal drüber reden. Und dann hat er mir eigentlich auch nicht so wirklich, äh, da hat er gesagt, ja, klar, er versteht das, er will ja auch nicht nach München, aber es wird irgendwann kommen. Wir können es selber, wenn wir, äh, unsere Qualität der Arbeit gut leisten, so nach dem Motto, äh, wir müssen nicht unbedingt, weil München ist einfach das, äh, Niederlassung in München, da sitzt, also sitzt unser, hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt, unser zweiter, äh, Geschäftsführer, der das operative Geschäft leitet und unser Gründer und Geschäftsführer, der ist zur Zeit daran, weitere Geschäftsfelder zu akquirieren und die Firma weiterzuentwickeln, nach vorne zu bringen. Was ja auch nicht, so nicht schlecht ist, aber, naja, ist halt jetzt alles nach München. Und ich, ich hab mich ja schon ausgelassen darüber, in der letzten Aufnahme, dass ich nicht unbedingt so die Lust verspüre, nach München zu gehen. Also, das ist, ja, nicht so unbedingt mein, mein Lebenszweck. Also, ist auf jeden Fall so. Ich hab mich für Folgendes, wenn es denn kommen sollte, hab ich mir Folgendes überlegt. Da, wir ja durchaus auch in der Lage sind, ähm... Lass mich in Ruhe! So, das guck ich mal. Äh, ich hab natürlich jetzt aber, durch die, gegen Leistungspunkte konnte man doch auch irgendwas eintauschen. Hier war eine Leistungsschriftrolle. Ah, Gefährte. Da brauch ich aber 2000 Leistungspunkte. Oh, das kann noch eine Weile dauern. Kriegsbeute, Pferde, Peitsche, Geschwindigkeitstrang, Formel des Edelsteins, da brauch ich Ehrenmarken. Früher konnte man mal gegen, mit den Leistungspunkten was anfangen. Na gut, hier, Weltenwasser. Mächte, ah, siehste, genau, gegen die Leistungspunkte konnte ich Weltenwasser. Das ist bloß die Frage, wie viele Leistungspunkte hab ich. Seh ich das irgendwo? Äh, Krieg? Ära habe ich 16. Duelle? Titel. Ja gut, das sind die erworbenen Titel. Aber wo, wo... Hier sehe ich den Helm, aber wo sehe ich, wie viel... Hier kann ich eine Verkleidung übrigens hinzufügen. Aber wo sehe ich, wie viel Leistungspunkte ich habe? Ich bin der Hauptmann der Krieger. Ach, hier, ah, hier, unten, Leistungspunkte, Weltenwasser, 80 Leistungspunkte. Na, wir holen uns mal... Eigentlich können wir uns nur zwei holen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal schauen, was wir uns schönes basteln lassen. Hab wir uns irgendwas... Also was mal hier schönes... Weltenwasser brauchen wir ja Produktionsspezialist. Legendärer Umhang. Da braucht man gar keinen Leih. Und was hab ich? Ich hab einen Helden... Heldenumhang oder den Legendärer Umhang? Was hab ich denn? Ich hab einen Umhang des Windes. Bonuspunkte... Und was haben wir hier noch? Warum laufe ich jetzt gerade so langs? Ah, so, Lebenstränke, Schriftrollen, Arcanes, Regenz. Schriftrollen, Transrüstungstränke. Ah, hier kann man Tränke auch herstellen. Okay. Wozu braucht man... Wozu war dann das Weltenwasser nochmal da? Hm. Ich hab absolut keine Ahnung mehr. Wofür das mal... Wofür... Brauchte man nicht Weltenwasser dafür? Na gut, ich verkaufe die erst mal, denn... Äh... Ja... Das bin ich. So... Äh... F... B-b-b-b-b-ba... Äh... Oh, hier haben wir das. Boah, hi! Da freut sich ja einer riesig, dass er mich getroffen hat. Finde ich schon mal schön. Hi, komm mal. Wollte... Gerade... Ins... Feuer... Labyrinth. Mach's wieder vor Story-Videos? Jawoll, komm mal. Wollte gerade ins Feuer-Labyrinth. So... Wir machen aber da mal noch... Dass man noch... Da machen wir hier mal noch... Moloch muss sterben. So... Oh, nice. Ja, ich...